Hallo Leute, Willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht es, es ist diesmal kein Minecraft. Ja, ich fange auch mit Clash an. Ähm, eine Base. Ich habe schon mal etwas vorgespielt, das wird den meisten auffallen. Ähm, mal sehen. Ja, also, ich bin auch in einem relativ guten Clan hier. Clan Level 4, alles okay für mein Level. Und, mal sehen. Ich habe jetzt Rathaus 4. Ähm, mein Profil. Ähm, ich habe mich halt genannt. Ich weiß nicht warum, ich mache es irgendwie bei jedem Spiel. Wirklich bei jedem. Ähm, ja, ich würde sagen, ich bilde mal ein paar Truppen aus. Und wenn ich damit fertig bin, dann sehen wir uns zurück. So Leute. Während meine Truppen ausgewildert werden, habe ich mir gedacht, schaue ich mir einfach mal einen Live-Angriff von einem Kumpel an, der auch in meinem Clan ist, dem Anführer. Und, ähm, dachte ich schaue einfach mal mit. Ah, der hat einen guten Drachen und lebt bei mir. Was hat er noch? Drei Päcker? Königin kann er noch zünden? Ähm, Königin kann er sogar noch setzen? Oder? Oh, der, der Angriff wird nichts. Oh, oh, ja. Die Päcker bringen ihm jetzt leider auch nichts mehr, weil den Drachen können sie nicht fertig machen. Der Drache wird jetzt nacheinander alles vernichten. Der König ist down. Der erste Päcker ist down. Ja. Der tut mir ein bisschen leid. Der tut mir ein bisschen leid. quizzen drauf. Nee. Wäre der Drache dass nicht gewesen. ZEN Hättest du es geschafft Was schreibt denn da fegt das Sub-Berg-Elf-Forum? Ouhhh, also der hat echt die Faxen dicke Meine Truppen... Dann mache ich noch mal kurz einen Cut, obwohl, ne, ich verbessere jetzt noch was. Lager brauchen 6 Stunden, 12 Stunden. Und dann mache ich mal die Goldlager. Achso, und was ich sagen wollte, ähm, unser Clan ist für gute Spieler immer bereit und jeder, der von uns in den Clan kommt, und es ist mir so, so unglaublich leid. Ähm, jetzt gerade eben, habe ich ja einen Cut gemacht und ich habe einfach weitergelabert und vergessen, wieder auf Start zu drücken. Und jetzt habe ich den Angriff hinter mir und habe das nicht aufgenommen, nicht auf Video. Ähm, ich dachte mir jetzt einfach so, ja, ich mache einen neuen Angriff. Ähm, obwohl, doch, warte, ich kann es euch zeigen. Habt mich ja hier in der Wiederholung. Nein, nicht das, nein! Scheiße. Zurück. Ähm, Angriff. Ah. Niedermesseln. Mein Fehler hierbei war, dass ich die Ballons alle auf eine Stelle gesetzt habe. Ähm, und dadurch, ich bin davor. Und dadurch, dass sie alle in einer Truppe waren, haben wir jetzt in einer Truppe und machen immer keine Berührung. Es war auch nicht, dass wir mehr verteilt werden müssen, aber nicht unter sich. Trotzdem 100%. Sorry, dass ihr nicht live dabei wart, aber, ähm, ja, jetzt kann ich auch nicht mehr hören. Ja. Ich weiß nicht. Ich habe eine Frage an euch, ob ich auf die Lieben Ballons Level 2 sparen soll. Das ist so eine Sache, die ich relativ wichtig finde. Die ganzen Upgrades, und schreibt es mal in die Kommentare. Was ich, eurer Meinung nach, upgraden soll. Soll ich die Kasernen Upgrade machen? Ein Labor zu Ende upgraden? Oder, 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 oder. Und soll ich eine Max-Base machen, oder soll ich immer weiter meine Ortes pushen? Das sind so ein paar Fragen zum Anfang, die ich habe. Ballert von mir aus die Kommentare voll, ich beantworte jedes. Und, ja, dann zum nächsten Video. Und, ja, dann zum nächsten Video. Und, ja, dann zum nächsten Video. Und, ja. Und, ja, dann zum nächsten Video. Und, ja, dann zum nächsten Video.